Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit dem russischen Schlachtschiff auf Stufe 7, der Vladivostok, unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal schnell an, welche Module, Verbesserung und Kapitänskillung ich nutze. Wir nutzen Zielsystem Mod 1, im zweiten Slot Schadensbegrenzungssystem Mod 2, im dritten Slot gibt es keine große Auswahl. Und dann nutzen wir noch das Hauptbatterie Mod 3 und die Verbesserungen sind alle soweit eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Lev Geller mit der Basisfähigkeit Brennerpfeil und geskillt haben wir einmal Flambierter, Kanonier, rotierende Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord in XXL. Als legendären Skill, Wille zum Wiederaufbau und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Andrew Cunningham und den Paolo di Rivelle. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dabei. Der One Ping Only in der Akizuki und der Mustang mit der Leafland. Auf der Karte Splitter im Herrschaftsmodus. Eizerstörer, drei Kreuzer und vier Schlachtschiffe. Ein legendäres Gefecht hier mit der Conqueror, auch ein Gegnerteam. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir nutzen halt immer noch die Skillung, wo wir halt nur drei Reparaturmannschaften haben. Mittlerweile durch den, ja doch erhöhten HE Spam müsste man vielleicht sogar, ja, nachdenken. Gegebenenfalls, ja, den Skill zu nutzen, dass man zwei weitere Schadensbegrenzungsteams am Start hat. Aber, ja, no risk, no fun, high risk, high reward und los geht's. Hier haben wir direkt eine, ja, Iowa gespottet, die schön Breitseite dreht. Erste Salve ist direkt hier rausgehauen. Und das hat auf jeden Fall mal hier schön gescheppert. Erste Salve direkt 26.000 Schaden gegen die, ja, Breitseite in Iowa. Winkelt zwar jetzt ein bisschen an, aber eventuell können wir mal noch eine relativ nette Salve hinterherhauen. Schauen wir mal. Zweites Schlachtschiff und auf jeden Fall ein Zerstörer. Aber wir pingen das jetzt hier mal. Dort ist schon der Smoke und nochmal 21.000 hinterher. Sehr, sehr nice. Das waren mal direkt 52.000 Schaden in zwei Salven. Das ist natürlich mega. Er hat halt immer noch, ja, nicht wirklich direkt Breitseite, aber ich denke mal, wir versuchen hier nochmal unser Glück. Auf einen Zerstörer zu schießen wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt die Iowa hier schon vielleicht rauskriegen, wäre es natürlich auch ziemlich geil. Ah, diesmal nur 7.000, was natürlich auch in Ordnung ist. Leider die Iowa damit nicht rausgenommen. Wir haben leider auch schon einen Kreuzer verloren auf der anderen Seite. Brennen jetzt hier. Und dadurch, dass wir ja auch wirklich nur drei Schadensbegrenzungsteams nutzen, dürfen wir eigentlich nur das Schadensbegrenzungsteam entweder einsetzen, wenn wir zwei Feuer oder mehr haben. Eine Flutung oder am Ende, wenn wir halt einfach kaum noch Trefferpunkte über haben. Ganz normalen Feuer, die müssen wir halt einfach runterbrennen lassen. Und ich gucke mal, ob ich jetzt hier vielleicht nochmal auf die Iowa raufkomme. Schauen wir mal. Ah, leider haben wir ein paar Granaten in die Insel und leider auch nicht gut gezielt hier. War natürlich auch kein leichter Schuss. Verdeckt hinter der Insel. Da haben wir die Kutusor in der Mitte. Da ist auch noch die feindliche Wladivostok. Ich würde jetzt schon sagen, dass ich hier gerne nach vorne pushen würde ein bisschen. Aber dadurch, dass die Wladivostok dort noch steht, müssen wir fast auf die linke Flanke ausweichen. Weil wenn wir jetzt hier gerade reinfahren, dann haben wir mehr oder weniger keine Rückzugsmöglichkeit. Und zusätzlich haben wir ja gesehen, die Kutusor in der Mitte. Die ist in der Division mit der Cleveland. Und ja, wenn wir dort jetzt ins T-Cab reinfahren, dann werden wir höchstwahrscheinlich mit HE vollgespammt. Die Fletcher ist ja auch noch dort. Deswegen müssen wir jetzt hier für das Erste den Umweg nehmen. Fahren wir außen rum. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht auch die Wladivostok dort irgendwie in der Breitseite erwischen. Fletcher wurde hier rausgenommen. Das ist sehr schön. Leider waren wir halt noch durch das Flugzeug, glaube ich, gerade aufgeklärt gewesen. Dadurch weiß die Wladivostok, dass wir hier rumkommen. Und er wird wahrscheinlich auch genügend anwinkeln. Wird natürlich trotzdem versuchen, hier mal eine Salve rüber zu hauen. Aber ich denke nicht, dass das viel Schaden macht hier. Schauen wir mal. Ah, 4600. Das dachte ich mir. Da nicht viel rumkommt. Die feindliche Iowa, die ist jetzt mittlerweile schon beim B-Cab vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht. Die fährt jetzt Richtung A. Was der da macht. Hm, fraglich. Gegebenenfalls wäre es jetzt halt auch schlau, HE zu laden. Weil wie gesagt, die Wladivostok, die winkelt an. Brennt jetzt hier auch schon fleißig. Ah, vielleicht hat er eh schon permanentes Feuer. Müssen wir mal gucken. Brett hier nur rückwärts. Ist ein bisschen nervig, sage ich mal. Aber er ist natürlich auch nicht effektiv. B-Cab werden wir jetzt gleich auch einnehmen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht bereitseite zeige. Verlieren jetzt hier den zweiten Kreuzer auf der anderen Seite der Karte. Ah, hier 1400. Also dadurch nutzen wir jetzt ja auch in der nächsten Salve auf jeden Fall HE. Hätten wir wahrscheinlich schon vorher umladen sollen. Aber ich hatte doch noch die kleine Hoffnung, dass wir dort vielleicht einen besseren Treffer landen. Aber wenn halt ein feindliches Schlachtschiff anwinkelt in manchen Situationen, gerade hier in der Wladivostok, die doch eine relativ gute Panzerung auch hat, muss man dann halt einfach auch zu HE greifen, um die Leute dort zu bestrafen. 4000 Schaden jetzt schon mal mit zwei Türmen. Dadurch, dass er natürlich schon so munter gebrannt hat, konnten wir dort kein weiteres Feuer machen. Aber in der nächsten Salve hier vielleicht, ähm, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne schon Richtung B zu verschieben. Aber die Wladivostok, die macht natürlich jetzt hier die Flanke zu. Und die muss natürlich erst sterben, bevor wir jetzt hier, ähm, ja, Breitseite drehen können. 70.000 Schaden mittlerweile erreicht. Ist halt soweit in Ordnung, würde ich sagen. Die ersten zwei Salven gegen die Iowa mit 50.000, die haben uns natürlich, äh, ordentlich nach vorne katapultiert. In den letzten fünf Minuten haben wir halt nicht mehr wirklich viel Schaden gemacht. So, Wladivostok hat hier auch den Kartenrand erreicht. Endlich jetzt hier auch mal ein Feuer gemacht. Sehr schön. Wendlich noch unser Heckgeschütze rumbringen. Aber die Wladivostok, die wird jetzt hier abfackeln. Sehr schön. Dort haben wir jetzt die Cleveland und die Kutusau. Schauen wir mal, ob wir dort noch eine Salve rauskriegen. Wird knapp, weil er gleich hinter der Insel verschwindet. Aber ich glaube nicht, dass wir dort nochmal raufkommen, oder? Ah, nein, 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 nein. Ist leider auch gerade in dem Moment zugegangen, weil unser Zerstörer sich hier gesmoked hat. Aber gut, ähm, noch ist nichts verloren. Das Gute auf jeden Fall, dass keiner der feindlichen Zerstörer irgendwie interessiert war, die Basis irgendwie einzunehmen. Ähm, obwohl so viele Schiffe vom Gegner bei B und C sind. Ja, da links ist auf jeden Fall, wir sind hier aufgeklärt. Irgendwo muss hier auf jeden Fall Zerstörer sein. Könnte auf dieser Seite hier sein. Oder halt auf der linken Seite. Das ist die Akizuki auf jeden Fall. Im Cap kann er nicht sein, weil sonst würde er das Cap einnehmen. Hm. Cleveland jetzt hier wieder hinter der Insel. Da haben wir auch die Konkara. Also einiges hier an AE-Spam. Konkara, Kutusau und Cleveland hier. Alle in unserer Richtung. So, wir versuchen jetzt hier über die Insel zu schießen. Cleveland hier zu treffen. Uh, das war auf jeden Fall ein guter Treffer hier. Zitadelle, vier weitere Treffer, 20.000 Schaden. Und da links ist eine Smoke. Also da ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall die Akizuki hier. Wissen wir da auf jeden Fall auch schon mal Bescheid. Werden jetzt hier auf jeden Fall auch runterbremsen, weil... Kann natürlich sein, dass jetzt hier Torpedos unterwegs sind vom Zerstörer. Und hier haben wir die Konkara. Kutusau ist rausgegangen, das ist gut. Konkara ist natürlich ziemlich weich. Und ja, auch sehr schöner Treffer hier. 25.000 Schaden gegen die Konkara. Das ist natürlich mega gut. 123.000 Schaden jetzt auch dadurch schon erreicht. Sehr geil. Werden aber hier auch brutal vorne im Bug getroffen von der Konkara. 15.000 Schaden hat er da gemacht. Natürlich nicht so viel, wie wir gemacht haben. Aber nächste Salve ist raus gegen die Breitseiten-Konkara. Und, uh, 27.000 Schaden nochmal. Mega nice. Dadurch jetzt auch schon die 150.000 Schaden erreicht. Und ja, hier kommen wie angekündigt die Torpedos vom Zerstörer. Gut, dass wir hier zurückgefahren sind. Sonst hätten wir voll die Torpedos mitgenommen. So, da haben wir die Cleveland auch wieder. Können wir dort vielleicht auch nochmal guten Treffer landen. Schauen wir mal. Sehr schön. 4.000. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Aber 4.000 ist besser wie nichts auf jeden Fall. So, wir haben immer noch alle drei Schadensbegrenzungsteams. Wir hatten zwar jetzt hier ein paar Feuer schon die Runde bekommen. Aber das haben wir halt immer runterbrennen lassen. Und wenn man sozusagen brennt, dann, ähm, ja, haben die Feinde auch mehr oder weniger teilweise kein Interesse mehr. Da haben wir nochmal die Cleveland. Können wir das Ganze hier nochmal nachholen? Vorhin haben wir ihn ja schon mal für 20.000 über die Insel getroffen. Klappt das jetzt nochmal ein zweites Mal? Und es klappt. Sehr nice. Cleveland ist draußen. Mega gut. Da haben wir noch die Mogami. Ja, ist ein relativ knappes Gefecht hier. Vier Schiffe auf beiden Seiten tot. Wir haben aber den Punktevorteil, dadurch, dass wir halt zwei Punkte eingenommen haben. So, Salve ist raus Richtung Mogami. Sehr schön hier 9.000 gemacht. Leider nicht ganz rausgegangen. Ein weiterer Treffer. Und die Mogami wäre auch noch rausgegangen. So, der Mustang hier. Hat auf jeden Fall den zweiten Zerstörer noch rausgenommen. Sehr, sehr nice. Und dort haben wir sogar noch eine fast volle Yamato. Uiuiuiui. Und irgendwo muss auch noch die, die Ayora sein vom, vom, vom Anfang. Die ist auf jeden Fall auch noch am Leben. Gucken wir mal, ob wir die nochmal wiedersehen. So, Heckgeschütze nutzen wir für die Mogami. Frontgeschütze für die, für die Yamato. Knapp, ja, knapp 9.000 Schaden gemacht gegen die Yamato. Und Heckgeschütze hat jetzt hier die Mogami noch rausgenommen. Da hinten ist die Ayora wieder. Schon ein bisschen lustig. Und das Gefecht ist mittlerweile auch gewonnen auf jeden Fall. Zwei gegen fünf werden die Gegner hier nicht mehr drehen können. So, nächste Salve ist raus Richtung Yamato. Das Mal winkelt er aber leider an. Immer ein 3.700 Schaden. Gucken wir mal, ob die Heckgeschütze auch nochmal ein bisschen Schaden machen. Leider nicht. So, wir bleiben aber jetzt nochmal so lange bei der AP-Munition, bis die Ayora gespottet ist. Weil ich habe so das dumpfe Gefühl, das macht halt schon das ganze Gefecht, dass er dort immer noch bereitseite fährt. Und ihr seht oben auf unserer Minikarte, dass er jetzt mehr oder weniger direkt in Reichweite ist. Das heißt, wenn die Ayora als nächstes aufgeklärt ist, dann können wir vielleicht dort nochmal den Finisher setzen mit einer AP-Salve. Und wenn die Yamato weiter anwinkelt, dann switchen wir zur HE-Munition, um einfach dort mehr Schaden zu machen. Vielleicht permanente Brände. So, da ist die Ayora-Breitseite wie eh und je. Schauen wir mal, ob unsere Frontgeschütze dort schon reichen. Yep, Ayora ist endlich draußen. Und das war auch jetzt unser 4-Tackel. 190.000 Schaden haben wir jetzt hier erreicht. Mega nice. War eine ganz schlechte Streuung von unserem Heckgeschütz. Ei, 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 ei. Versuchen jetzt hier nochmal so ein bisschen um die Aufbauten zu ballern, aber switchen jetzt wie angekündigt auf die HE-Munition. Ach, kein Schaden wieder gemacht hier. HE ist da auf jeden Fall effektiver. Und ja, wir können sogar vielleicht hier die Krake noch machen. Mustang hier auch schon mit 3 Kills. Also 7 Stück in der Division. Holen wir uns jetzt hier den 8. Aha, ey. Na, dreht er jetzt doch wieder Breitseite? Zwei Brände auf jeden Fall gemacht. Das ist mega. Ah, sieht so aus, als wenn er doch vielleicht Breitseite dreht. Aber ich glaube, so lange wird er auch nicht leben. 200.000 Schaden haben wir mittlerweile auch geknackt. Die Frage ist, werden unsere Permabrände hier den Kill holen für unsere Krake? Ah, leider nicht. Der One-Ping schnappt uns hier die Krake weg. Aber dennoch eine geile Runde hier auf jeden Fall. 207.000 Schaden wurden es am Ende. Drei Zitadellen, 80 Zieltreffer, ein Ausfall, vier Schiffe zerstört, drei Brände gemacht. Dann gab es Feuerfest, Unterstützer und Großkaliber. Dann schauen wir uns natürlich noch das Teamergebnis an. Hier eine schöne Divisionsleistung, hier auch auf den ersten drei Plätzen mit insgesamt acht von neun Kills. Mega gut. Im Gegnerteam auch Yamato und Mogami auf jeden Fall gut gespielt. Dann schauen wir uns noch mal schnell den Wirtschaftszweig an. 267.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und es gab noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch für die heutige Runde gewesen sein. Leider keine Krake als Krönung für die doch schöne Runde hier über 200.000 Schaden. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Vladivostok die 200.000 Schaden geknackt habe. Ist aber auch kein Schiff, was ich jetzt ultra häufig spiele, muss ich dazu sagen. Aber da freue ich mich natürlich, dass ich hier ein weiteres Schiff zu der 200.000 Schaden oder mehr Collection hinzufügen kann. Ich versuche doch schon mit relativ vielen verschiedenen Schiffen so die 200.000er Marke zu knacken. Das ist halt immer so eine Grenze, die ziemlich nice ist, wenn man das schafft, meiner Meinung nach. Zumindest für Stufe 6er, 7er Schiffe. Legendäre Schiffe natürlich auch. Also das ist natürlich nice, wenn es einem gelingt. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.